Herzlich Willkommen auf Unboxkings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. CR7Z Gaia Im Dezember 2017 erschien mit Ultima das letzte Album von CR7Z. Nun kommt der Rosenheimer mit seinem vierten Soloalbum. Gaia beinhaltet 20 Tracks, Features kommen unter anderem von Arcades, Hexer und Cool Savas. Das Album kommt über Arjuna und erscheint als CD, als Vinyl und auch als Box. Farid Bang Genki Dama Das letzte Album von Farid Bang, Blut, erschien im Mai 2016. In der Zwischenzeit veröffentlichte der Düsseldorfer noch eine EP und ein Mixtape. Jetzt kommt sein achtes Album. Der Titel ist angelehnt an die gleichnamige Attacke der Serie Dragon Ball. Genki Dama kommt mit 14 Tracks und beinhaltet unter anderem Features von French Montana, Rick Ross und Rim K. Das Release kommt über Banger Musik und erscheint als CD und auch als Box. BHZ Kids Romantik Im September 2019 erschien mit 3062 das letzte Album von BHZ. Jetzt steht mit Kids Romantik das dritte Album der Berliner an. Kids Romantik beinhaltet 14 Tracks, Features wurden keine bekannt gegeben. Das Album kommt über BHZ und erscheint als CD und auch als Bundle. Mo Phoenix Moses Das letzte Album von Mo Phoenix, Emotion, erschien im Juli 2019. Vor einigen Wochen gab Mo bekannt, dass er sein bisheriges Label verlassen werde und Moses sein drittes und auch letztes Album bei Life is Pain sein wird. Moses kommt mit 14 Tracks und beinhaltet ein Feature von 40. Das Album kommt über Life is Pain und erscheint digital. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde mich natürlich interessieren. Schreibt sie mir in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den jeweiligen Releases findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Falls ihr in Zukunft keine Releases mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.